Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Cloud! Hier bin ich! Na dann, los geht's! Molten cursor ... Mitgar liegt in diese Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Ah! So ein Scheiß. Los! A und B aufteilen! Fündet Avalanche! Vorwärts! Meinst du, die suchen uns? Wahrscheinlich. Sie sind undetar苦. Becca, sie sind damit. Und hier. Wir können es mit dem nicht machen. Hey. Was war das? Wir müssen uns mit dem Nahrungsbedingungen nehmen. Da ist die Nahrung. Aber wenn man sich richtig in dem Nahrung sind, Weg hier! Ach, wir sind hier. Wir reden später. Erstmal zu einer Lange. Aber... Die anderen warten schon. Nur ihr fehlt noch. Fangt bloß keine Kämpfe an. Das zieht uns nur mit rein. Wir haben recht. Folgt mir. Niemand hier! Tch. Wo stecken die nur? Hey! Sie da! Irgendwas Verdächtiges bemerken? Ist hier sonst vielleicht jemandem etwas aufgefallen? Alles Verdächtiges zu melden! Immer noch keine Spur! Vereinung! Wir wurden! Wart ihr es eigentlich, die den Reaktor in Midgar in die Luft gejagt haben? Keine Angst. Ich halte dicht. Kennt jemanden aus der Abruppe? Gehörst du auch zu Avalanche? So war selbe Kass. Wartet! Ich lenke die Gardisten ab. Währenddessen könnt ihr oben über die Träger klettern. Wir suchen nach Flüchtigen. Wir suchen nach Flüchtigen. Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Also, nein, das können Sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut! Begeben Sie sich nach Hause! Warten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Also, Sie stürmen die Fahndung. Verschwinden Sie! Irgendeine Spur? Wir durchsuchen gerade die Häuser! Macht hin! Sie dürfen uns nicht entwischen! Das ist doch gut. Ist nicht mehr weit jetzt. Bleibt vorsichtig. Und die anderen? Hm. Die warten unten. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Nicht weit vom Keim. Gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet. Geh zu ihm. Und hier. Nehmt das. Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Die Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob all das hier wichtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Und hier. Und hier. Aber das ist alles. Das war's für heute. Was ist das? Ein Glück, du bist unverletzt. Entschuldigung! Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren auf dem Date. Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Gut, dann los! Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für ein Räumkommando. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Oh. Okay. Okay. Der Planet! Lebt ja wirklich. Ich hatte es fast vergessen. Und er wirkt noch stärker als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus. Darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann. Den Letzten beißen die Hunde, Leute. Dann. 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 Dann.